Zillow bist du? Ich bin hier ein bisschen weiter reingegangen Achso Geht's doch noch weiter Ähhh, keine Ahnung Da wird man noch irre langsam mit dem ganzen Netherrap-Scheiß Ja Ja, na Welche Ebene sind wir? Ähm 20 Ja, dann landen wir auf unserem Haus drauf NEIN Was? Ich bin da fast runtergefallen Ich schau mal auf diese Ebene ein bisschen unten Mhm Geh einfach mal ein bisschen vor Wie du mal weiter Ja, ich wollte jetzt die Ebene ein bisschen locken setzen Okay Alter Ach, Mist Äh, zu wann sind die Dinge jetzt reingekommen? Die Castle Zu 1.0 sind die Castles reingekommen, oder? 1.8 Nein, 1.8 Seid ihr sicher? Ja Wieso? Okay, sonst hätten wir nämlich gar nichts finden können Was hast du? Äh, ich hatte gerade irgendwie... keine Ahnung Wo ist der Gast? Ich habe gerade verreicht und ruhig gemacht und gedacht, ich falliere den Tief, aber es war... Ob die Täuschung Akustische Täuschung Ach so Ach so Ich ist auch nichts Alle, wir werden ganz mit sich versuchen, also waren so nicht, ey Ja, kann einer mal gucken, wie die Uhr ist? Tickler 24 Halb 10 Ja, dann müssen wir ausmachen Jetzt schon? Ja Wer hat an der UG... Äh, Hexe, hast du noch ein Ding? Ja Was? Äh, müssen wir nur noch wieder zurück zu unserem Haus finden, wo war das noch? Das hat mir sowieso ständig im Blick, äh, hier zurück erstmal Der Gags Ich glaube hier rum, oder? Ja Ähm, den... Warte, wir sind, wo, wo kommen wir denn her? Ich habe keine Ahnung Hä? Er ist die ganze Zeit, sagen, yo, das ist unser Haus, das ist unser Haus Und jetzt, ja, wo ist unser Haus denn? Das war... warte mal, was ist er einfach... Mike? Ja? Kannst du mal bitte durchs Portal gehen und sagen, uns die Koordinaten durchgegeben? Schreiben? X und, äh, Z Mhm Ja, äh, ich sehe es, wir sind direkt unter, äh, da drüber Hey, hier ist Bedrock Oder ist das... Wie... Ich bin blöd zum Schreiben Siehst du's? Ja, da hinten sind wir Ja, geh mal mit hoch Jetzt bin ich runtergegangen Ja, geh mal hoch Ich hab nur Angst, weil genau unter mir Lavasee ist Wie? Ja So, da... da ist es Aber da kann ich auch... Schlecht runterspringen, oder? Auf Ebene... Ja, komm Ja, genau die gleiche wie bei sonst auch immer Okay Kommst du? Aber bin ich hier? Äh, wo bist du denn? Hier, über dir Ich komm jetzt zu dir Hier, hier rüber und dann da hinten hin Ey, wie zieh ich den Graben? Den wollen wir nicht, ey Ja Wie eben bin ich überhaupt? Ich bin auf Ebene 18 Jetzt müssen wir... Warte mal, ich grab mich glaub ich nach oben erstmal Tust mich! Jetzt nach unten Lava komm, renne ich einfach Ich bin hinter dir, du gesternst Warum renne ich dir eigentlich nicht einfach hinterher, dann brauchen wir nicht beide graben Lava Alter, willst du mich verarschen? Nein Noo Oh, Lava Hallo, Ike Ach nee, das ist Mike Mike, kannst du mal bitte hochbuddeln? Mike, bau mal bitte irgendwas hoch, gerade hoch Oder nee, brauchst du nicht, da hinten ist ja was bei dir Oh, toll Ach, jetzt Das war jetzt mal mies Ja Ich wollt grad noch Sachen drängeln, nicht soo Das war jetzt echt Nicht soo Hast du ne Pickaxe? Noch eine? Ja Scheiße, ich will meine Sachen wieder haben Äh, nö Müll, Müll, Müll Nur noch meine angefangen So, kommt ihr denn jetzt her? Ja Ja Ja, ihr wisst warum, hoffentlich Nein Nö, wieso? Ihr wisst hoffentlich, wieso Nö, wieso denn? Hm Jetzt schick ich hier ein Portal fest, ich muss hier wo einfach runterspringen, was? Ja komm Green Ja, lass drücken 61 Glowstone haben wir jetzt schon Fuck, wo, wo sind meine Sachen? Oh Mist Ähm, wo bist du? Ich bin unter unserem Haus Da ist hier Ja ich Ach da ist hier schon Ich bin hier Hast du den Weg markiert oder was? Ja Komm her Scheiße, hauptsache der Gast ist auf meiner Höhe Hier, hier liegen sie Oua! Voll im Rücken! Aua! Ich muss jetzt noch mal ne Rüstung wieder anziehen. Hier ist schon wieder ein Ghast. Zück dein Schwert. Bye-bye. So, wollen wir den Ghast noch umlegen, oder? Ey, wieso kann ich dich doch nicht zurückschleudern, die Scheiße? Musst du im richtigen Augenblick treffen. Das ist also wirklich Glück. Ach, da ist er! Er ist down. Oh, Scheiße! Merkt ihr mal bitte, wo ich bin? Lebst du noch? So, jetzt bloß, ja, halbes Herz. Ja, sehr schön. Jetzt bloß wieder irgendwie nach oben. Vielleicht bin ich die EP-Punkte wieder aufsammeln. Die sind mir grad in Geraden. Und hier sind Pilze. Die Pilze haben genug. Vor allem, weil sowieso nie einer irgendwie Pilzsuppen ist. Ist sowieso sinnlos, wenn man die nicht stacken kann. Man kann alles stacken, aber keine Pilzsuppe. Das ist ein bisschen unlogisch. Ja, obwohl eigentlich Pilzsuppe das einfachste ist. Nach Getreide. Naja, wobei, es ist eigentlich sogar noch einfacher als Getreide. Ja, ich esse viel Pilz sogar eigentlich. Ja, ich eigentlich wenig. Hast du ihn erwischt? Ja. Wo ist er? Tot? Ja. Ja. So, auf geht's nach oben. Ich freu' dir auf Warnung. Muss ich auch einfach hochstacken. Hi Mike. Ne Guest hier. Hexer, bist du einfach runtergesprungen? Oh, wer hat mich runtergeschubst? Oh, wer hat mich runtergeschubst? Was ist da? Ich hab ne Guest hier. Was ist ne Guest hier? Rede vom Gas. Unser erstes Alchemie-Zutat. So. Äh, Hexer, wo bist du lang? Lemon Freak. Lemon Freak, Dustin. Ja, können wir denn ausmachen? Ja, wir müssen eben zurückkommen noch. Ja, dann beihält euch bitte. Ja, wir sind dabei, wo ist du? Äh, Ike, sag mal bitte Koordinaten durch, dass die direkt herlaufen kann. Hexer? Ja, bitte. X minus. Ja. Dreh dich um. Soll ich die Koordinaten eben schreiben, oder was? Ja, mach. Ich weiß, wo es ist. Ja, ne Beihält euch bitte. Wir sind dabei. Dann brauche ich ja nicht schreiben, oder was? Ne. Wir sind noch knappe... Wir sind noch irgendwie knappe 10 Chancen entfernt. Wir kommen aber... Ne, das haben wir gar nicht. Das ist doch schon. Beihält euch bloß, ey. Ist dabei. Bevor ich euch wünsche. Nö. So, dann jetzt gleich mal fragen, was ihr Eliuminos von mir wollte. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Eliuminos. Okay, also... Ne, nicht Illuminos. Eliuminos. Eliuminos. Ja, ich weiß. Achso, ja. Ja, wie heißt das? So. Uah! Haha, haha, haha. Eliuminos. Ich hab schon wieder Gas, das ist schlecht. Nicht so! Ja, wie ist er aufgekommen, ob es einen scheißen Namen? Was ist Eliuminos eigentlich? Äh, Eliuminos war wahrscheinlich ein Schreibfehler oder irgendwie so, sagt er. Oh Gott, sag mal, eigentlich hast Eliuminos. Ja, er hätte den Account ja eigentlich auch indirekt kostenlos gekriegt. Okay. Hexe, auf geht's. Und er hat wirklich einen originalen Account, davon abgesehen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Leute. Yo. So. So, wieder nach oben. Kommen alle zum Bett? Jop. Ja, nur leider passen irgendwie... Irgendwo anders, ey. So. Alter, die spawnen auch irgendwie raus, oder? Was? Was? Hä? Ohhhh. So, Mike. Mike? Ja. Ah, kommst du auch zum Bett? Ja. Und deinen gesamten Inventar leer machen. Das bitte an alle, wirklich alles leer machen einfach. Ich auch. Ach, man musst du mich immer wegschubsen. Ja, mach einfach. Äh, ihr wisst schon, hier oben leer machen, nicht unten. Ja, ja, ich mach nur das unnütze Kram, aber sonst passt die Kiste oben gleich nicht. Wo oben, achso. Wer auch immer da irgendwas macht, hör auf damit. Mike? Ja. Ah, okay. Und wer in diese kleinen Kisten da rein, oder was? Ja, neben deinem Bett. Wo auch immer dein Bett ist. Ja, hier ist aber leider keine Kiste. Egal, du sagst überall mit verteilt rein. Da müssen wir noch ne neue, äh, nächstes Mal craften. Äh, Green? Ah, okay. So, alle anwesend? Nein, Green nicht. Ja, ja, klar, dass der Green wieder mal nicht... nicht... Ja, sorry, was guck mal was. Ich hoffe, wer sich falsch war. Raus aus meiner Kiste. Gib die Gäste wieder wieder rein. Die Gäste hier. Leck rein. Ist ja auch noch eine Decke. Äh, nö. Warum ist das verficktes Loch in der Decke? Äh, wo? Guck noch mal hin. Da, heine. Hinter dir. Hier. Ja, gut. Ja gut, los, komm hoch. Hast gesehen? Ja. Warum ist das Loch? Musst du wieder durchgraben, oder was? Nein. Also jetzt in Metall lernen, oder was? Ja. Warum hab ich nichts denn? Ein bisschen Suppe drin und sowas. Weil ich meine Sachen da immer reinlegen musste. Meine. Ja, er hat das, meine. Ja, alle Kisten verteilt rein. Tut mir leid, ich nehm die jetzt mal wieder raus, weil ich bei mir noch keine Kiste stehe. Kommt rein. So. Maxi, nimm's drauf, oder was euch drin lassen? Ja, ich kann nicht. Denn machen wir jetzt mal eine Aufnahme. Warte, warte. Ich hab euch deine Fackel abgehauen. Wo wir eben eben noch... Meine Fackel! Häh. Eher noch in Metall lernen, können wir loslegen. Alex, zu spüren. Und dann, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao. Warte, 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 warte. Hammer, warte... so einfachen okay du hast aber nicht alles drin als ob das jetzt ein Unterschied gemacht wird du hast gerade was in der Hand ich habe eine meine Werkzeug ich lagere das auch mit ein mit der Vorzug naja egal gut denn das ist mal ciao so lang auch auch